So, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich befinde mich jetzt hier und wie ihr sehen könnt, hier liegt schon schön Schnee. So, ich bin heute hier in einem neuen Lost Place. Und zwar dort hinten. Das ist ein ehemaliges Wohnheim. Und er steht jetzt auch schon seit 20 Jahren verlassen. Und wir haben uns gedacht, okay, ich mache heute hier wieder alleine ein Video. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, okay Leute. Das sind wir. Hier ist die Villa am Brocken. Wie gesagt, bis zum Brocken ist es auch nicht mehr weit. Das ist natürlich auch ein echt schönes Haus hier. Aber wie man sieht, dort unten auch schon verweist. Ja, so. Okay, dann schauen wir es uns doch mal an. Da haben wir das Schmuckstück. So. Das ist das Goethe-Haus. Mal gucken, wie komme ich da hoch. Ja, Leute. Hier am Harz gibt es eine Menge Lost Places. Da werdet ihr auch immer wieder was Neues sehen. Und, ja. Dann können wir uns das jetzt mal von Nahen ansehen. Also, das ist es. Aber, ich habe ja jetzt genügend Zeit. Ja, hier ist eine Treppe. Hier wäre ich auch die Treppe heraufgekommen. Da kommt das Auto scheinbar wieder zurück. Ja. Und Park natürlich. Wunderbar. Oh, jetzt hier erst mal durchquetschen. Ja. Oh, jetzt hier erst mal durchquetschen. Oh, jetzt hier. Oh, jetzt hier. Das ist ja gut. So, alles klar. So, das ist das Wohlein. Hier hat meine Großmutter gearbeitet. Ich mach mal die andere Teufellampe an. So, alles klar. Vielen Dank. So, genau. So, Leute. So, hier war dann auch das eine Badezimmer. Ja, sehr klein natürlich. Ja. So. Ja. Das ist eigentlich eine entscheidende Möglichkeit. Scheinbar. Nee, das kommt nicht mehr. Das ist der Druckknopf. So. So. Da ist ein alter Sessel vorhanden, hier gehe ich dann gleich lang, wie erstmal gehe ich dann mal hier lang. Okay, da ist auch wieder ein Back. Hier kommt wohl leider nicht mehr alles versperrt. Okay, da ist die Lampen. So eine alte Lampe. So, da sind ja auch noch richtig schöne alte Fenster. So, okay. Ja Leute, das wird erstmal nicht so ein langes Video werden. Ach du Scheiße, ja. Das ist krass. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, okay. So, hier war ich eigentlich gerade schon. Jetzt hier jetzt weiter. Das waren bestimmt so die Monoräume. Ich denke mal, hier hat man es sich schön gut gehen lassen. Damals, als das Ganze noch in Betrieb war. Ich muss mal sagen. So, okay. 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 Amen. 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 wenigstens funktioniert die treppe hier noch das geht ja dann noch höher ja das sieht halt und alles gleich aus wow cool cool ein altes Federrost dengster dengster leute leute Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, hopp jdeme, chtí dny Sklopený zraky, utopí se dně mým davum Pro větší slavu, ty kdo můžeš, zvedni hlavu Sklopený zraky, utopí se dně mým davum Pro větší slavu, ty kdo můžeš, zvedni hlavu Ať te má sílo něco změnit Ať oči pozvedne Ať domá sílo něco změnit Ať srdce otevře Ať domá sílo něco změnit Ať ruce pozvedne Ať domá sílo něco změnit Ať ruce zvedne Ať ruce zvedne Tak zvedni oči, kdo chce něco změnit Otevře srdce, kdo chce věci změnit Tak zvedni oči, kdo chce věci změnit Kdo chce věc změnit As obvio změnit Ať mí noc můžeš, kdo chce něco změnit Ať žést zvedne Ať ruce, kdo chce věci změnit Tak zvedni oči, kdo chce věci změnit Kdo chce věci změnit As obvio změnit Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ararararar Arararararar Arararararar Nenny Není, není to, není to žádný drama Hoří, hoří mi, hoří mi za patama Není, není to, není to žádný drama Hoří, hoří mi za patama Za patama Ta, 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 ta Pochola, ten La, ta, ra, ta Wow das ist echt heftig da konnte man früher bestimmt mal drüber und dann halt eben auf die andere seite aber das kannst du jetzt nicht mehr machen so halb rund ok ok so ok ja da haben wir eigentlich fast alles würde ich jetzt mal behaupten so gut auf der seite ach ich hab dann wieder die Orientierung verloren hier könnte man vielleicht in der Badewanne drin gewesen sein hier auch und auch nochmal hier noch ein ganz alter Kleiderschrank wow und hier ja ja oh hier ist auch mein Durchgang ah ok da komm ich wieder hier raus ja hier war ich halt eben gerade bin leider nicht hier rein oder ja auch nochmal ein kleiderschrank ein kleiderschrank ja hier 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 hoch. Genau. Das heißt, alles tatsächlich soweit schon gesehen. Gut, hier war ich noch nicht drin. Steht auch noch mal ein Schrank. Oh, die Lampen. Oh Gott. Sieht aus. Hier auch was mit Federn. Wahrscheinlich früher mal von irgendeinem Sessel. Der Stoff ist ja auch noch halbwegs drum. Ja. So. So. Und da. Yo, yo, yo. So. Okay. So. Uh. Gut. Und. In this car. Oh. Oh. Okay. So. Okay. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.